Von Wien nach München mit dem Zug in zweieinhalb Stunden und von Linz nach München in nur 80 Minuten statt aktuell knapp drei Stunden. Das und noch viel mehr soll in 15 Jahren Realität sein. Zumindest wenn man einem aktuellen Netzkonzept Glauben schenkt, das die österreichischen Bundesbahnen und das zuständige Ministerium vor einigen Wochen veröffentlicht haben. Österreich erlebt aktuell einen Rekord in puncto Bahn-Nutzung. Der Ausbau der Schiene wird schon seit vielen Jahren forciert. Zu ging im letzten Jahr der erste Teil der neuen Choralmbahn in Betrieb. Neben der leistungsfähigen Weststrecke hat bald also auch die Südstrecke deutlich mehr Kapazität. Neben Choralm und Semmering Basistunnel ist aber auch der Brennerbasistunnel im Bau. Im Großraum Wien gibt es bekanntlich ebenfalls einige Vorhaben und Planungen. Doch auch darüber hinausgehend werden natürlich strategische Überlegungen angestellt, wie das Eisenbahnnetz der Alpenrepublik in 15 bis 20 Jahren aussehen könnte. Das kürzlich vorgestellte Zielnetz 2040 bietet einen bundesweiten Überblick über mögliche Projekte und deren Nutzen. Wir stellen im heutigen Beitrag einige davon vor, betrachten deren tatsächliche Auswirkungen und Vorteile und beantworten natürlich die Frage, ob die eingangs genannten Fahrzeiten tatsächlich realistisch sind. Zielnetze spielen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung und Koordination zukünftiger Planungen im Eisenbahnwesen. Denn eine Maßnahme oder ein Bahnprojekt sollte nie isoliert betrachtet werden, sondern immer im Kontext des gesamten Netzes gesehen werden. Schon kleine Ausbaumaßnahmen können große Auswirkungen haben. Manchmal sind aber auch langwierige Großprojekte vonnöten. Zielnetze stimmen Aus- und Neubauprojekte aufeinander ab und denken mögliche Synergieeffekte langfristig durch. Unabhängig davon, ob Vorhaben nun vollständig umgesetzt werden oder nicht, ist es sinnvoll, langfristige Planungen nebeneinander zu stellen und sie zur Orientierung zu nutzen. Als Beispiel seien hier etwa die Ausbaustufen der Eisenbahn in der Schweiz zu nennen. Obwohl der zeitliche Umfang für eine hundertprozentige Verwirklichung aller Planungen wohl kaum abzusehen ist, werden regionale Projekte immer auf dieses ganzheitliche Konzept abgestimmt. In Österreich gibt es Rahmenpläne, die den Bahnausbau für die nächsten fünf Jahre aufzeigen und dessen Finanzierung sichern. In größeren zeitlichen Abständen werden aber auch sogenannte Zielnetze erarbeitet, welche die mittelfristige Vision für den Schienenausbau zeigen. Und nun war es wieder soweit. Ein ambitionierter Vorschlag für die nächsten gut 15 Jahre wurde von ÖBB und dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie vorgestellt. Einer Basis für die Entwicklung boten der Mobilitäts-Masterplan 2030 für Österreich sowie die Verkehrsprognose 2040. Alle möglichen Module des Zielnetzes wurden mithilfe von Verkehrsmodellen evaluiert und im Rahmen einer Kosten-Nutzen-Analyse verglichen. Die besten mit der höchsten Wirksamkeit wurden schlussendlich in das Zielnetz aufgenommen. Im Gegensatz zum Zielnetz Nordrhein-Westfalens, welches wir euch letzte Woche vorgestellt haben, handelt es sich um kein Linienzielnetz, sondern vielmehr um ein konkretes Infrastrukturkonzept. Wir betrachten nun die Schlüsselprojekte, gehen aber auch auf einige regionale Vorhaben ein. Das Zielnetz ist grundsätzlich in vier Regionen unterteilt, die hier als Reihenfolge dienen. Wir wollen deren Zusammenspiel mit den ohnehin in baubefindlichen Projekten betrachten, aber auch die Chancen und Risiken im Hinblick auf internationale Verknüpfungen. Los geht es diesmal im Westen des Landes, in Vorarlberg und Tirol. Hier sind es vor allem zwei Projekte, die besonders hervorstechen. Ein geplanter Ausbau im Rheintal sowie ein weiterer Ausbau im Rheintal. Der Bereich Wolfhurt-Bregens-Lochau soll mehrgleisig ausgebaut werden und das Nahverkehrsangebot in der gesamten Rheintalregion ausgeweitet. Eingleisige Abschnitte sollen zweigleisig werden, der bislang zweigleisige Abschnitt Wolfhurt-Bregenshafen dreigleisig. Auch im Tiroler Oberland soll der Verkehr verdichtet werden, und zwar auf einen 30-Minuten-Takt im schnellen Nahverkehr. Das wird durch abschnittsweise zweigleisigen Ausbau, einigen Linienverbesserungen sowie einer Geschwindigkeitserhöhung im Arlbergtunnel erreicht. Aktuell beträgt die Höchstgeschwindigkeit aufgrund des engen Querschnitts und der dadurch erzeugten Druckwellen 100 kmh, wobei der Tunnel konkret ab 2029 für bis zu 120 km pro Stunde hergerichtet werden soll. In Innsbruck ist ebenfalls ein Ausbau geplant, sodass die Mittenwaldbahn immerhin im Innsbrucker Stadtgebiet auf bis zu vier Züge pro Stunde Takt verdichtet werden kann. Als vierte Maßnahme im Bunde ist die Fertigstellung des viergleisigen Brenner-Nordzulaufs bis zur deutschen Staatsgrenze bei Kufstein vorgesehen. Denn bis dato fehlt auf österreichischer Seite noch genau jenes Stück von Schafternau bis ins Nachbarland. Gehen wir nun weiter nach Salzburg und Oberösterreich. Denn bekanntlich ist der Brenner-Nordzulauf nicht das einzige Projekt, welches in Abstimmung mit Deutschland steht. Das nächste Grenzprojekt ist ein selektiv viergleisiger Ausbau zwischen Salzburg und Freilassing, auch um das Nahverkehrsangebot ausbauen zu können. Im Zusammenspiel mit dem Brenner-Nordzulauf soll aber zwischen Salzburg und Innsbruck, vorwiegend für den Fernverkehr, einer Kantenfahrzeit von 90 Minuten entstehen. Natürlich in Verbindung mit den Ausbauten im deutschen Eck auf deutscher Seite. Heute sind es im Vergleich 110 Minuten. Viergleisig soll es auch östlich von Salzburg bis Neumarkt am Wallersee weitergehen, ebenfalls mit einem Umbau des Welser Hauptbahnhofes und des Bahnhofs Verklappruck zur besseren Einbindung der Kamerabahn. In Wels soll im Übrigen die Viergleisigkeit verlängert und zusätzliche Haltestellen eingerichtet werden. Neben der Kapazitätssicherung für den Güterverkehr soll auch hier eine Fahrzeitverkürzung für den Fernverkehr auf 60 Minuten zwischen Linz und Salzburg erfolgen, knapp 10 Minuten schneller als heute. Auf der Strecke Linz-Innsbruck werden es dann schon 30 Minuten Fahrzeitverkürzung. In besonderem Maße verkürzt werden soll die Fahrzeit aber eben zwischen Wien und München, durch ein Projekt, welches schon jetzt in aller Munde ist. Es geht um die neue Innenkreisbahn durch Oberösterreich. Es soll sich dabei um eine zweigleisige Neubaustrecke vom Raum Wels bis zur Staatsgrenze und weiter in Deutschland handeln. Die alte Innenkreisbahn ist bis dato nicht elektrifiziert, weshalb sie trotz des deutlich kürzeren Verlaufs über Braunau nach München nicht vom Fernverkehr genutzt wird. Bis 2029 soll sie allerdings eine Oberleitung bekommen und dadurch der Nahverkehr beschleunigt und attraktiviert werden. Der Fernverkehr soll aber eben über diese neue Innenkreisbahn durchs Innenviertel verlaufen und die Strecke Wien-München in zweieinhalb statt vier Stunden schaffen. Die neue Strecke soll natürlich mit Bestandsstrecken verknüpft werden und auch einige Regionalbahnhöfe entstehen. Möglicherweise ähnlich zu jenen entlang der Choralmbahn. Diese Maßnahme ist natürlich abhängig von den deutschen Planungen im Raum Mühldorf. Dazu kommen wir aber gleich noch einmal. Wenn diese Relation nach München tatsächlich so kommen sollte, handelt es sich dabei natürlich um ein Prestigeprojekt, welches für den Alltag der allermeisten Menschen keine Verbesserung darstellt. Wird das Innenviertel aber auch gut mit dem Regionalverkehr erschlossen, sieht die Sache schon wieder anders aus. Und auch zwischen Oberösterreich und der Steiermark gibt es gute Neuigkeiten für alle, die in dieser Region pendeln. Die Fahrt von Linz nach Selztal auf der Pirnbahn dauert heute rund 100 Minuten. Zukünftig sollen es dann nur noch 75 sein. Das soll durch bestandsnahe Geschwindigkeitserhöhungen, abschnittsweise zweigleisige Ausbauten und besonders durch einen neuen Bosrucktunnel erreicht werden. Die Strecke wird abgeflacht und somit auch attraktiver für den Güterverkehr. Was wichtig ist, schließlich führt ein beträchtlicher Teil der steirischen Güterexperte über die Pirn-Schobe-Achse nach Deutschland. Weiter geht es mit Niederösterreich, dem Burgenland und Wien. Hier sind es eine Reihe an Projekten, auch kleinere, die aber besonders den Nahverkehr der Ostregion stärken sollen. Südlich von Wien sollen etwa die Aspang-Bahn zwischen Wiener Neustadt und Aspang und auch die Strecke Bruck an der Leiter Neusiedl am See teilweise zweigleisig werden. Infolgedessen soll die Betriebsstabilität verbessert und das Angebot ausgebaut werden können. Dies ist aber leider auch schon die einzige wirkliche Maßnahme, welche für das Burgenland geplant ist. Östlich von Wien soll im Zuge der Ostbahn eine Neubaustrecke vom Hauptbahnhof zum Flughafen entstehen, um die Verkehre Wien-Bratislava bzw. Budapest direkt über den Flughafen führen zu können. Gemeinsam mit der bis 2025 fertig zweigleisig ausgebauten Machecke-Ostbahn, etwas weiter nördlich, würden sogleich zwei redundante und leistungsfähige Verbindungen in die östlichen Nachbarstaaten entstehen, was die Flexibilität deutlich erhöht. Nördlich und westlich der Bundeshauptstadt sind vor allem viele kleinteilige Projekte vorgesehen. Beginnen wir mit der Schnellbahn auf den Strecken der Nordwestbahn und der Laar-Ostbahn. Es soll ein Ausbau und Geschwindigkeitserhöhung auf den Strecken Stockerau-Retz und Wolkersdorff-Lahn-Dateier stattfinden. Auch eine Güterverkehrskurve in Wien-Süßenbrunn gehört zum Modul. Weitergehend gibt es auch Planungen für die Franz-Josefsbahn bis Krems und den westlichen Zulauf. Verschiedene Stellen der Franz-Josefsbahn sollen zweigleisig ausgebaut werden, um Fahrzeitverkürzungen und Angebotsausweitungen ins Waldviertel zu ermöglichen. Der noch relativ neuer Bahnhof Tullnerfeld soll bis zum Wiener Waldtunnel erweitert sowie Überhol- und Kreuzungsbahnhöfe eingerichtet werden. Zwischen Wien und St. Pölten sei so, die Kapazität für den Güterverkehr zu steigern und die Weststrecke hinter der niederösterreichischen Landeshauptstadt bis Prinzersdorf weiter auszubauen. Bevor wir in den verbleibenden Landesteil Österreichs blicken, schauen wir noch auf das Wiener Kerngebiet. Im Raum des Zentralverschiebebahnhofs sollen mehrgleisige Ausbauten erfolgen und auch die Strecke bis Aachau für den Güterverkehr ist zur Elektrifizierung vorgesehen. Auf Wiener Stadtgebiet selbst erfolgt laut den Planungen ein viergleisiger Ausbau zwischen Simmering und Stadtlau. Ebenfalls soll die Wiener Donauhoferbahnhandelske Praterke im Rahmen des S-Bahnrings ausgebaut und damit das Zwei-Linien-Konzept umgesetzt werden. Weiter in Richtung Süden. Im Rahmen des Simmering-Basistunnels, welcher etwa 2030 in Betrieb geht, ist auch ein Ausbau des Zulaufs bis Glocknitz geplant. Die Südstrecke wird auch mit der nächstes Jahr vollständig in Betrieb gehierten Choralmbahn deutlich stärker ausgelastet sein, weshalb verschiedene Stimmen einen viergleisigen Ausbau zwischen Graz und Brug-Gondamur forderten. Dieser wird im Zielnetz zumindest zwischen Fronleiten und Graz realisiert, wobei die Fahrzeit Brug-Graz damit 30 Minuten betragen soll. Auch die Strecke südlich von Graz bis Spielfeld an der slowenischen Staatsgrenze soll ausgebaut und die verbleibenden eingleisigen Abschnitte beseitigt werden. Eine weitere lokale Bahnlinie in Graz sowie eine Reihe an Strecken im Raum Kärnten werden ebenfalls im Sinne einer Angebotsverdichtung gestärkt. Zwei essentielle Module nach Kärnten und in die Steiermark fehlen nun noch, nämlich die Tauernbahn und die inneralpinen Strecke Bischofshofenbruck an der Mur. Beide Strecken sind für einen abschnittsweise zweigleisigen Ausbau vorgesehen, um Navi-Fernverkehr zu stärken. Zwischen Graz und Linz sowie Graz und Salzburg sollen die Ausbauten einen Stundentakt im Fernverkehr ermöglichen. 40% aller zurückgelegten Wege im Personenverkehr per Bus und Bahn in 2040 und ebenfalls 40% Anteil beim Güterverkehr. Das sind Ziele, die durch die insgesamt 67 Projekte bzw. 25 Module des Zielnetzes erreicht werden sollen. Nun ist dies offensichtlich eine Vielzahl an Projekten, wobei sich die Frage stellt, welcher Anteil schlussendlich umgesetzt wird. Grundsätzlich ist eine politische Beschlussfassung aller Projekte natürlich gewollt. Die Umsetzung wird dann in den ÖBB-Rahmenplänen festgesetzt. Der aktuelle Rahmenplan 2024 bis 2029 sieht einige spannende Projekte bereits vor, wobei über 21 Milliarden Euro in Österreichs Schienennetz investiert werden. Die sich in Umsetzung befindlichen, kleinen wie großen Projekte werden in jedem Fall das Fundament für die dann kommenden Nachfolger des heurigen Zielnetzes sein. Mit dem möglichen weiteren Bahnausbau gehen auch weitere Zusatzeffekte einher. So werde laut Economica-Institut in den 2030er Jahren eine jährliche Brutto-Wertschöpfung von 1,85 Milliarden Euro erzielt und ebenfalls bis zu 21.000 Arbeitsplätze geschaffen und gesichert. Die politische Entscheidung und dann folgende Umsetzung hängt natürlich auch immer von der aktuellen Bundesregierung ab. Die derzeitige mag zumindest zum Teil bahnfreundlich sein, aber ob dies im Rahmen der anstehenden Wahlen im Herbst so bleibt, ist wohl fraglich. Auch die internationalen Projekte sind nicht einfach in der Umsetzung. Gerade die Projekte an der deutschen Grenze sind möglicherweise schwierig zu koordinieren. Schließlich hat etwa der Bau des deutschen Brenner-Nord-Zulaufs noch auf keinem Abschnitt begonnen. Es ist zwar festzustellen, dass deutsche Planungsverfahren in den letzten Jahren tatsächlich vereinfacht wurden, wobei ja aber eben nun auch die Frage möglicher Einsparungen bei Neubauprojekten im Raum steht. Multifaktorelle Einflüsse also, wobei ja schon einmal zu begrüßen ist, dass grenzüberschreitende Überlegungen überhaupt stattfinden. Auch Kritik an den Zielnetzplanungen beispielsweise von Seiten der politischen Opposition gibt es. Die SPÖ betont etwa die Notwendigkeit klarer gesetzlicher Vorgaben und der Einbindung der Bevölkerung. Es wurde ein eigenes Bundesverkehrszielegesetz eingebracht, das dem öffentlichen Verkehr ein rechtliches Fundament geben soll und konkrete qualitative Ziele fordert. Kritisiert wird etwa auch die nicht geschehene Einbeziehung der Bevölkerung, insbesondere im Hinblick auf die sogenannte Letzte Meiner. Grundsätzlich stößt das Zielnetz auf breite Zustimmung, teilweise aber auch auf weitergehende Kritik, etwa zur Nichtaufnahme von Projekten wie einem Citytunnel für Graz. An dieser Stelle sei noch zu erwähnen, dass die Erwägungen im Konzept definitiv keinen finalen Endausbauzustand der österreichischen Eisenbahn darstellen, sondern natürlich auch Planungen darüber hinaus stattfinden und stattfinden werden. Denn spätestens in 15 Jahren wird dann hoffentlich das nächste Zielnetz aufgestellt. Und die Projekte aus dem derzeit gültigen Zielnetz 2025 Plus werden im Wesentlichen bis 2030 umgesetzt sein. Mit diesen Aussichten bedanken wir uns für euer Interesse und sind auf eure Meinungen gespannt. Welche Projekte begrüßt ihr und wo seht ihr Anpassungsbedarf? Teilt eure Einschätzungen gerne unter diesem Beitrag. Bis nächste Woche.